Es jährt sich jetzt heuer die Affäre Waldheim zum 30. Mal. Sie haben damals dieses Buch herausgegeben namens Die Kampagne. Würden Sie das zur Lektüre empfehlen? Ja, es ist ein spannendes Buch. Ich habe es gelesen, natürlich, wie fast alle Ihre Bücher. Und Sie schreiben da in einem Artikel über Kurt Waldheim. So wie Österreich als Land, so war auch Kurt Waldheim ohne Zweifel ein Opfer des Nationalsozialismus. Stehen Sie nach wie vor dazu? Ja, natürlich. Österreich war ein Opfer des Nationalsozialismus. Österreich war natürlich, das Land Österreich war ein Opfer des Nationalsozialismus. Viele Österreicher waren aber auch Täter. Also ich bin also hier der Meinung, die Wolfgang Schüssel und Franz Franitzki von der Ministerbank aus einmal gesagt haben. Kurt Waldheim war ein Opfer des Nationalsozialismus? Ja, Kurt Waldheim musste auch in den Krieg, musste auch einen Krieg fechten, für den er nicht gestanden ist. Er war also, wie seine ganzen Werke gezeigt haben, ein aufrechter Christdemokrat. Sie schreiben in dem Buch auch, den Krieg überlebte Waldheim ohne persönliche Schuld. Und all diese Aussagen haben mich dann dazu bewogen, mir den Waldheim-Bericht der Historiker-Kommission nochmal zu Gemüte zu führen. Und da steht ganz klar, Waldheim hat wiederholt im Zusammenhang rechtswidriger Vorgänge mitgewirkt und damit ihren Vollzug erleichtert. Waldheim war einer der bestinformierten Offiziere am Balkan. Er muss davon gewusst haben, dass Juden aus Saloniki deportiert wurden. Kann man ihn da so taxfrei freisprechen? Ich habe dieses Buch geschrieben, damals im besten Wissen und Gewissen. Aber Sie haben jetzt noch gesagt, dass Sie dazu stehen? Ja, ich stehe dazu. Ich sehe, mit Wissen heißt nicht Schuld. Okay, also hat Kurt Waldheim eine Schuld? Waldheim war ein Ehrenmann. Und Waldheim hat vielleicht manchmal nicht alles gesagt, was er wusste, aber prinzipiell im Grundsatz war er ein Ehrenmann. Ja, ich sehe, mit Wissen ist ein Ehrenmann.